Jungen, was bin ich kaputt? Also ich hab von daumen den ganzen Tag Schnee schübt. Ja, wie habt ihr in den Wesermarsch von daumen über einen halben Meter Schnee gekriegt? Ja, das glaubst du nicht? Ja, den kriegt doch mal so ums hier. Über einen halben Meter. Ja, was meinst du wohl, was ich jetzt kaputt bin? Ich möcht jetzt erst mal aufs Sofa, Hüppelbeutmol, Juhu Burdecker!